Ja, zu viel der Ehre, würde ich fast sagen, hätte ich mir, als ich angefangen habe, Physik zu studieren, 1987, nicht träumen lassen, dass ich mal Lise Meidners Tochter genannt werde. Und wenn Sie mir erlauben, bevor ich in das tatsächliche Thema hier einsteige, der Grund, warum ich Physik studiert habe, das kann ich im Nachhinein eigentlich gar nicht mehr so genau sagen, denn die klassischen Themen der Physik, Kernphysik, Teilchenphysik, Astrophysik, das hat mich gar nicht so interessiert. Tut mir furchtbar leid, das so zu sagen, mich hat eigentlich immer so das Leben interessiert. Aber ich hatte den Vorteil, dass ich ganz schlecht war im mir Dinge merken. Und deswegen habe ich nicht einen Augenblick daran gedacht, Bio zu studieren. Und auch keine Chemie. Ich habe das alles sofort wieder vergessen. Berechnen, das konnte ich immer schon ganz gut. Und deswegen habe ich Physik studiert. Das ist keine gute Art, zum Physikstudium zu kommen. Und ich glaube, das hat sich bis heute nicht so richtig geändert. Die Motivation, Physik zu studieren, ist immer noch ein bisschen sehr vom Zufall abhängig. Natürlich auch von den Lehrern, die man hat. Hier sitzen vermutlich überhaupt keine Adressaten, denn hier sitzen Leute, die haben schon Physik studiert oder sind gerade dabei. Aber es ist tatsächlich so, dass in der Schule die Physik rüberkommt als ein Fach, das technisch ist, das Antworten gibt, die vielleicht gar nicht so unbedingt verständlich sind, das mit Formeln irgendwie bewaffnet, deren Herkunft man gar nicht so richtig kennt. Was aber viel zu kurz kommt, sind die Fragen, die gestellt werden und die eigentlich die Seele der Physik sind. Fragen stellen, intelligente Fragen stellen über alles Mögliche. Völlig egal was, ob es jetzt Verkehrsströme sind, Aktien, Leben. Das kann man alles mit Physik beantworten. Und ich glaube, das wird in der Schule zu selten gesehen und zu selten vermittelt, dass Physik eigentlich nicht notwendigerweise mit Teilchen oder Kristallen oder um Gottes Willen Kondensatoren zu tun hat, sondern mit den richtigen Fragen und Probleme, die man vor sich sieht, objektiv und nachvollziehbar zu beantworten. Und meine Urfrage immer schon, seit ich denken kann, seit ich mir selber Fragen stelle, ist eigentlich die Frage, die jetzt hier auf der Folie steht. Was ist Leben? Ist Leben konstruierbar? Diese Frage habe ich mir nicht gestellt. Aber was ist Leben? Die Frage habe ich mir schon sehr oft gestellt. Und ich glaube, ich kann davon ausgehen, dass es jeder von Ihnen auch getan hat oder noch tut. Denn wir selber leben und wir empfinden uns als etwas ganz Besonderes. Wir verstehen uns eigentlich nicht so richtig. Wir verstehen das Leben als Phänomen eigentlich nicht so richtig. Es fasziniert uns. Aber wenn wir es fassen wollen, was es denn sei, das Leben, kommen wir ganz schnell ins ganz komplizierte Zusammenhänge. Und ich glaube tatsächlich, dass die Frage, was ist Leben, ist tatsächlich eine Frage, die Biologen sich fast nie stellen. Es sind fast immer nur Physiker, Chemiker, Philosophen, die diese Frage stellen. Die Biologen möchten es beschreiben. Die möchten verstehen, wie es funktioniert. Aber was es ist, ist eine Frage, die geht über die Biologie hinaus. Was ich hier am Anfang, ich fand das ganz witzig, als ich gegoogelt habe nach schönen Bildern, so live, habe ich dieses Bild hier gesehen. Und das kommt von einem Laser Inertial Fusion Energy Projekt vom Lawrence Livermore. Und das hat mit Leben überhaupt nichts zu tun. Aber ich finde, was diese Männer da machen, das sieht aus, als wenn sie eine Zelle bauen würden. Eine riesengroße. Wenn sie da oben die Zelle sehen, gut, da innen drin ist noch nichts. Aber sozusagen die Hülle ist schon da. Deswegen fand ich das irgendwie so als Aufhänger ganz gut. Man möge mir verzeihen, dass es als Bild nichts mit Biologie zu tun hat. Gut, wir fragen uns also jetzt erstmal, was ist Leben überhaupt? Und kommen wie viele andere vor uns und eigentlich jede Menschheitsgeneration wieder an Grenzen der Beantwortbarkeit. Es gibt sehr viele Eigenschaften, die lebende Systeme haben sollten, die lebende Systeme haben. Und diese Eigenschaften, da gibt es einen Kanon von Eigenschaften, der ist immer schon, sozusagen seit den alten Philosophen bekannt. Das Leben sich irgendwie vervielfältigt. Dass es einen Stoffwechsel hat. Dass also Moleküle ausgetauscht werden in einem System und das System sich trotzdem immer gleich bleibt. Leben kann wachsen. Wie gesagt, das kann sich vermehren, reproduzieren. Über die Jahre hin, über die Jahrzehnte und Jahrhunderte und Jahrtausende sind weitere eher technische Kriterien dazugekommen. Leben ist mit Informationen untrennbar verbunden. Jedes Leben, um es als Einheit zu definieren, ist im Grunde ein Informationsträger. Leben ist meistens in Bewegung, wenn auch nicht immer so offensichtlich. Die Erregbarkeit von Leben ist wichtig. Das Leben mit seiner Umgebung interagiert. Manchmal stärker, manchmal weniger stark. Sterblichkeit ist sicherlich auch ein Definitionskriterium von Leben. Und in den letzten, sagen wir mal 100 Jahren, sind dann eben noch etwas komplexere Definitionskriterien dazugekommen. Evolvierbarkeit nämlich. Nachdem Darwin festgestellt hat, dass das Leben konstanter Evolution unterworfen ist, wurde immer klarer, dass diese Evolvierbarkeit, diese permanente Veränderlichkeit und Anpassung an die Umgebung wirklich ein ganz wesentliches Kriterium von Leben ist. Und in dieser Evolution hin zu besserer Anpassung hat sich Leben auch permanent komplexifiziert. Das Leben, das wir heute vorfinden, und ich denke, der eine oder die andere von Ihnen weiß, wie komplex einzelne Zellen schon sind, wie viele verschiedene Moleküle sich da drin befinden und welcher unfassbaren Vielfalt von Wechselwirkungen, die ausgesetzt sind, Leben ist intrinsisch komplex. Und dann habe ich noch einen Aspekt hingeschrieben, der mir intuitiv sehr wichtig erscheint, der aber vielleicht der Allerschwerste ist, in seinem Fassen, das zu beschreiben, was es denn bedeutet. Und ich halte mich da ganz weg im Moment mit den technischen Antworten, die wir dann versuchen zu geben. Aber ich denke doch, dass es etwas ist, das Leben an sich auszeichnet, dass es irgendwie gerichtet ist. Das ist ein Prozess, der irgendwo hin will. Wir sagen ja sogar schon, dass Krankheitserreger etwas wollen. Das sind ja also noch nicht mal, wenn es Viren sind, noch nicht mal akzeptierte Lebewesen. Und trotzdem wollen die was. Jedenfalls beschreiben wir sie so. Ob wir damit irren oder ob die wirklich was wollen, remains to be seen. Was aber Leben auf jeden Fall immer ist, wenn wir es vorfinden, es ist immer zellulär. Es ist zellulär verfasst. Das hier ist eine Bakterienzelle, das ist also eine einfache Zelle. Unsere Körperzellen sind sehr viel komplizierter, die haben alle einen Zellkern. In der Bakterienzelle ist die Information, nämlich die DNA, im Zytoplasma frei zugänglich. Nicht weiter verpackt. Doch, natürlich ist es weiter verpackt, aber nicht in einem Kern. Und dann hat es eine Hülle, die unterschiedlich kompliziert sein kann. Meistens, in fast allen Fällen, eine Lipidmembran beinhaltet. Und ja, dann eben noch ganz verschiedene Ausprägungen, die sie zu dem jeweiligen Organismus machen, der es dann allen eben ist. Entweder kann er schwimmen oder nicht. Oder er ist im Zellverbund mit anderen oder eben nicht. Interessant ist, dass die Errungenschaft zu sagen, dass Zellen aus Zellen hervorgehen, lange Zeit nicht bekannt war. Also das ist erst so Mitte des 19. Jahrhunderts hat man sozusagen gebrochen mit diesen Vorstellungen, dass Leben aus Schlamm entstehen kann, spontan in irgendwelchem Urzeugungsprozess. Sondern hat festgestellt, wenn wir eine Zelle haben wollen, wenn wir eine Zelle vorfinden wollen, dann muss da vorher in der Suppe, in der sie da entsteht, schon eine Zelle drin gewesen sein. Also Zellen entstehen nicht spontan. Die bilden sich nicht einfach aus Schlamm und Blitzen. Und es ist einerseits ein wissenschaftlicher Fortschritt, dahin gekommen zu sein, zu sagen, dass Zellen aus anderen Zellen hervorgehen. Aber, das ist natürlich auch irgendwie unbefriedigend, denn es waren ja wohl nicht immer schon Zellen da. Im Urknall war vermutlich noch keine. Wo kommt die also her? Irgendwo muss die ja entstanden sein, irgendwie. Und genau das, diese Frage, weist über die Biologie hinaus. Biologen lieben diese Frage nicht, die mögen die nicht. Aber ich finde die super spannend und ich würde die gerne beantworten. Und ich glaube, wir haben mit den Möglichkeiten der Molekularbiologie, der Zellbiologie, die wir heute haben, auf belebte Systeme zuzugreifen und die sozusagen zu erkunden und zu verstehen, was die fundamentalen Prozesse sind, die sich darin abspielen, haben wir heute ganz andere Möglichkeiten, auf diese Urfrage der Entstehung des Lebens, der Entstehung der ersten Zelle ganz neu zuzugehen und sie ganz neu zu versuchen zu beantworten. Wenn man so will, suchen wir nach der kleinsten möglichen zellulären Einheit. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, sich dieser kleinsten möglichen zellulären Einheit anzunähern. Der eine Weg, der erstmal sicherer scheint, weil er von einer lebenden Einheit ausgeht, nämlich einer real existierenden Zelle, ist, dass man sagt, okay, man nimmt sich jetzt einen Organismus, der möglichst unkompliziert ist, also der möglichst kleinste genetische Code, den geringsten Gen-Pool, äh, Gen-Satz, also Mykoplasma, das sind solche kleinen Mikroorganismen, die dann 500 oder 1000 Gene haben und fängt an zu gucken, ob wir die nicht sozusagen noch weiter eindampfen können. Ja, also wenn man sagt, okay, 1000 Gene sind vielleicht noch nicht minimal genug, jetzt gucken wir mal zu, können wir denn die noch reduzieren? Also können wir den bereits kleinen Organismus noch kleiner machen, ohne dass der aufhört zu leben? Und Leben heißt sich vervielfältigen. Und das ist, wenn man so will, top down. Und das ist ein Teil der Bemühungen der sogenannten synthetischen Biologie. Sie haben bestimmt von der synthetischen Biologie schon gehört, dass jetzt wieder so eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Im Großen und Ganzen ist es Biotechnologie, aber eben Biotechnologie mit ein bisschen technischen, also sagen wir mal ein bisschen modulareren Herangehensweise. Also die synthetische Biologie ist eigentlich getrieben von der Analogie zwischen Computern und Computerbauelementen und biologischen Systemen, dass man sagt, okay, man kann im Grunde auch in biologischen Systemen die einzelnen Module dingbar machen und kann sich überlegen, wie die Module miteinander verknüpft sind. Im Wesentlichen sind die Techniken der synthetischen Biologie, aber die der modernen Biotechnologie. Also was Sie gerade zum Beispiel hören, CRISPR-Cas, die Möglichkeit, Gene auszuschalten. Das würden manche Leute auch als synthetische Biologie bezeichnen, aber im Wesentlichen ist es eigentlich hochaktuelle Biotechnologie. Aber es gibt eben Bestrebungen. Craig Venter, von dem haben Sie bestimmt schon gehört, das ist so eine wissenschaftliche One-Man-Show, der hat damals ein eigenständig versuchtes humanen Genomprojekt links zu überholen und hat es in gewisser Weise auch geschafft, hat also sozusagen das menschliche Genom schneller sequenziert als ein großes Konsortium. Und der hat sich jetzt eben vorgenommen, sozusagen die wirklich minimale Zelle aus der konsekutiven und auch teilweise random Abschalten von Genen aus dem kleinsten bekannten Organismus dann im Grunde zu so einer Urzelle zu kommen, die die wenigsten, sozusagen die kleinste Genausstattung hat, die man überhaupt braucht, um zu leben. Warum ist es jetzt weniger der grundlagenwissenschaftliche Ansatz, obwohl der sicherlich auch eine Rolle spielt, aber man hofft eben, dass so eine absolut minimalisierte Lebenseinheit, die im Grunde nichts anderes tut, als Informationen zu prozessieren, dass es eigentlich ein ideales Tool wäre für die Biotechnologie, weil keine Energie abfällt für irgendwelche Prozesse, die nicht unmittelbar der Lebenserhaltung dienen. Also wenn man sich heutige biotechnologische Prozesse anguckt, wo mit E. coli-Bakterien zum Beispiel irgendwas hergestellt wird, dann bleibt eben sehr viel Effizienz auf der Strecke und kann nicht in Produkte münden, weil zum Beispiel diese Bakterien sich gegenseitig oder mit einer Umgebung interagieren. Also sehr viele Prozesse in diesen Bakterien ablaufen, die eigentlich gar nicht unbedingt wirtschaftlich sind, sondern die einfach daherkommen, dass die Dinger den eigenen Kopf haben. Und wenn man so will, ist es Ziel der Biotechnologie, den eigenen Kopf auszuschalten, zu sagen, du musst jetzt nur noch für mich das Protein machen, das ich von dir will. Gut, also das ist die eine Herangehensweise. Und die andere Herangehensweise, das ist eben sozusagen die Grundlagenwissenschaftliche, zu sagen, okay, das Ganze muss irgendwann mal auf Molekülen aufgebaut haben und auf Prozessen aufgebaut haben, die nicht Teil eines lebenden Systems waren. Da haben sich Moleküle zusammengefunden, in einer ganz bestimmten Art und Weise, sodass dieses Gesamtsystem mehr war als die Summe seiner Teile und dieses Gesamtsystem angefangen hat, emergentes Verhalten zu zeigen. Und besonders schön wäre es natürlich, wenn man so etwas nachstellen könnte. Das große Problem liegt darin, erstens mal ist es gar nicht so einfach, Module zusammenzustellen, also mit Atomen zu bauen, das können wir uns sowieso abschminken, da sind wir ewig unterwegs. Das heißt, man geht wahrscheinlich sinnvollerweise nicht von Atomen aus, sondern schon von bekannten Makromolekülen. Und das zweite große Problem ist, dass wir nicht wissen, wann das Ding eigentlich anfängt zu leben. Wir haben kein wirkliches Kriterium, wo wir sagen, okay, wenn das erfüllt ist, dann lebt es. Allerdings haben wir Kriterien, wo es auch schon mal sehr schön wäre, wenn sie erfüllt wären. Zum Beispiel ein System, das sich selbst organisiert und sich teilen kann. Ob das Ding dann lebt, ob wir das dann als Leben akzeptieren würden, es steht ja noch dahin, aber erstmal müssen wir dahin kommen. Das ist im Grunde das, was ich mit meiner Forschung versuche. Und warum ich glaube, dass es ein erfolgversprechenderer Weg ist, hin zu der minimalen Zelle als der Top-Down, also das sozusagen Re-Engineering von Organismen. Das würde ich Ihnen gerne in diesem Cartoon hier zeigen. Ich denke, Sie sind dadurch, dass Sie Physiker sind, wahrscheinlich mit Rube Goldbergs tollen Maschinen vertraut. Die sind so schön sinnlos. Das war ein Cartoonist in den 50er, 60er Jahren, der also irgendwie sich ganz tolle Maschinen überlegt hat für Gegenstände, die man eigentlich kennt. Was man hier zum Beispiel auf den ersten Blick erkennt, ist, dass es ein Bleistiftspitzer ist. Dieser Bleistiftspitzer funktioniert so, dass draußen Wind geht, man einen Drachen steigen lässt. Der Drachen wird dann hier mit einer sozusagen, mit einer Glasklocke verbunden, macht das Türchen auf und da leben Motten drin, die kommen raus, fressen dieses Hemd auf, es wird dann leicht, das heißt, der Stiefel kommt runter und schaltet ein Bügeleisen an. Das Bügeleisen liegt auf so einer Hose oder sowas, brennt dann ein Loch rein, das stinkt, dieser Rauch wird in den hohlen Baum eingeleitet, wo ein Opossum lebt. Das Opossum mag das nicht, springt hier in den Korb, der kommt runter, dann geht hier ein Käfig hoch, hier ist ein Specht und der spitzt dann den Bleistift. Und für den Fall, dass irgendwas nicht richtig funktioniert in dieser Kette, dass zum Beispiel kein Wind geht oder das Opossum keine Lust hat, herauszuspringen, gibt es hier noch eine kleine Notlösung. Was hat das jetzt zu tun mit Leben und Zellen? Die Funktionalitäten in Zellen sind Produkt einer milliardenalten Evolution. Wenn es also irgendwelche Module gibt in Zellen, die irgendwas tun, dann sind die nicht mit großer Voraussicht, ich bin nicht ganz sicher, aber ich nehme nicht an, dass die irgendjemand am Reißbrett erfunden hat und in die Zellen reingetan, sondern die haben sich evolviert, die haben sich entwickelt. Und da liegt es natürlich sehr nahe, dass wenn ein Modul da ist, zum Beispiel ein Bügelmodul, dass das Modul eigentlich zum Bügeln benutzt wird, aber dass man herausfindet, dass man das Modul auch ganz wunderbar benutzen kann, Opossums aus Bäumen zu treiben. Das heißt, es ist eigentlich naheliegend, dass wenn man das hat, dass es dann für andere Dinge auch zuständig ist. Das heißt, die Funktionalitätskette in lebenden Systemen ist eine durch Probieren entstandene, durch Ausprobieren. Da ist vieles nicht ideal. Wenn Sie sich Prozesse angucken, das wird ja immer gesagt, die lebenden Systeme sind super optimiert und das stimmt überhaupt nicht, das stimmt nicht. Es gibt viele Prozesse in Zellen, die sind alles andere als optimal. Schon allein die CO2-Fixierung, eine ganz, ganz wesentliche Reaktion, super, super ineffizient. Auch zum Beispiel, wie die Zelle es macht, von ihrer Plasmamembran Vesikel abzuschnüren. Wenn man die physikalische Chemie der Membranen kennt, könnte man sich ganz leichte Möglichkeiten überlegen. Das macht die Zelle aber ganz anders, das macht es viel komplizierter. Und das liegt eben daran, dass es nicht ein Ingenieur am Reißbrett erfunden hat, der es auf Effizienz abgesehen hat, sondern das hat die Natur eben durch Ausprobieren zusammengebaut. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man jetzt irgendwas rausnimmt aus dem System, das sich evolviert hat, dass das Ganze zusammenbricht, obwohl das, was man da rausgenommen hat, vielleicht nicht unbedingt das Allerwichtigste war für eine ganz bestimmte Reaktion. Stellen Sie sich vor, hier nehmen Sie das Bügeleisen raus, kein Bleistiftspitzer mehr. Gut, man hat hier diesen Failback, aber wenn man den nicht hätte, dann könnten Sie ohne Bügeleisen keine Bleistiftspitze. Das heißt aber nicht, dass man unbedingt ein Bügeleisen braucht, um einen Bleistift zu spitzen. Wenn man sich das von unten her überlegt, würde man es vielleicht ganz anders machen. Und genau deswegen glaube ich, dass diese Top-Down-Möglichkeit, Gene auszuschalten und zu gucken, ob die notwendig waren, das führt uns nicht richtig ins Ziel dessen, was wir wollen. Wir müssen uns also von unten her überlegen, was wir eigentlich brauchen, wenn wir ein lebendes System bauen wollen. Was für Phänomene, was für Kriterien legen wir an, die ein lebendes System unbedingt erfüllen müsste. Und da kommen wir auf einen Physiker, den Sie alle kennen, wenn auch nicht aus der Biophysik, Erwin Schrödinger, der sich genau diese Frage gestellt hat, was ist Leben? What is life? War das damals in Irland, nicht hier in Deutschland oder Österreich, diese Gedanken entwickelt. Und ich kann Ihnen, das ist diese Vorlesung, die er damals gehalten hat, das ist als kleines Büchlein, Taschenbuch veröffentlicht, das kann ich jedem nur dringend ans Herz legen. Es ist vieles von dem, was da drin steht, natürlich mittlerweile widerlegt. Natürlich wusste er nicht, wie DNA aufgebaut ist. Aber es ist sehr vieles auch sehr, sehr klug argumentiert und sehr klug gefragt. Und da merkt man, dass es dann manchmal doch ganz gut ist, wenn sich Physiker mit solchen Themen beschäftigen. Schrödinger setzt in den Mittelpunkt belebter Systeme die Ausbildung und Aufrechterhaltung von Ordnungsstrukturen durch eine sogenannte negative Entropie. Er sagt, es muss durch negative Entropie dazu kommen, denn alles, was lebt, ist sozusagen entropisch schon mal sehr ungünstig. Also wir machen, permanent kreieren wir Ordnung, lokale Ordnung und brauchen natürlich sehr viel Energie dafür und natürlich auf Kosten unserer Umgebung, die dann immer chaotischer wird. Und dass so etwas überhaupt passiert, braucht man Energie, das ist klar. Aber man braucht nicht nur irgendwelche Energie, sondern braucht geordnete Energie. Wenn man versucht, das zu übersetzen in die Energie, die lebende Systeme aufnehmen, um ihre Strukturen zu erhalten, das ist einmal photonische Energie und das ist einmal chemische Energie. Chemische Energie in Form von hochgeordneten chemischen Molekülen. Wir essen also jeden Tag Ordnung. Anders könnten wir uns überhaupt nicht als lebende Systeme erhalten. Das ist also schon mal sehr wichtig. Die Ausbildung von Ungleichgewichtsstrukturen, die Erhaltung von Ungleichgewichtsstrukturen, die Erhaltung von ausdifferenzierten, nicht gemischten Strukturen. Das ist zentral für Leben. Auch einen wesentlichen Beitrag zur Klärung dessen, was Kriterien des Lebens sind, hat ein nicht ganz so bekannter Mann, Tibor Ganti, geleistet. Er ist Biochemiker und er hat sich das mehr von einem chemischen Aspekt alles angeguckt und hat gesagt, eigentlich ist Leben eine chemische Maschine, ein sogenanntes Chemoton. Und diese chemische Maschine hat drei ganz wesentliche Kriterien, drei ganz wesentliche Teilbereiche, die zusammenkommen müssen. Ein metabolisches System, das den Stoffwechsel macht, das im Grunde dafür verantwortlich ist, die Energie aufzunehmen und Strukturen zu schaffen und zu erhalten. Ein Informationsträger, das ist unsere bekannte DNA oder vielleicht in der früheren Welt, RNA. Und ganz wesentlich eine Hülle um das Ganze herum. ohne Abtrennen dieses metabolischen Systems und des Informationsträgers gibt es kein lebendes System. Die Hülle ist sehr wichtig. Es muss ein Kompartiment sein, das sich von der Außenwelt abhebt. Und die Hülle ist eben, wie ich schon gesagt habe, in den meisten Fällen eine Membranenhülle oder zumindest mit einer Membranenhülle sozusagen zusätzlich ausgestattet. Membranen sind nun, wenn man Biophysik betreibt oder physikalische Chemie betreibt, eigentlich sehr dankbare Forschungselemente. Ich denke, es gibt hier ganz, ganz viele im Raum, die schon mit chemischen und biologischen Membranen gearbeitet haben. Membranen haben unglaublich, vor allem Phospholipidmembranen haben eine unglaublich reiche Morphologie. Die lassen sich also zum Beispiel in ganz verschiedenen Formen darstellen, abhängig davon, welche Bestandteile, welche Lipide man genau zusammenmischt. Und man kann eben, dadurch, dass man, das hier zum Beispiel Membranvesikel, die sind allein aus drei verschiedenen Lipiden aufgebaut. Und nur dadurch, dass man unterschiedliche Schwänze und Kopfgruppen kombiniert, gibt es so etwas wie eine Phasentrennung in diesen Systemen, in dickere Bereiche, wo sich die langkettigen, geordneten Lipide hinsortieren und Bereiche, die so mehr fluide sind. Und wie Sie sehen, können diese Phasen, die man da hat, die eine, die grüne, ist ein bisschen dicker, die ist vielleicht ein bis zwei Nanometer dicker als die andere, wenn man es messen würde, die können sich dadurch, dass sie eben unterschiedliche Linienspannung haben, können sie sich dann auch schon in unterschiedliche Strukturen ausprägen. Also man bekommt im Grunde so ein Phänomen der Teilung eines Membranvesikels, ganz unabhängig von irgendwelchen Proteinen, die daran beteiligt sein könnten, einfach schon aufgrund physikalischer Kräfte, der Oberflächenspannung und der Linienspannung entlang von Membrandomänen. Also man kann einige Prozesse, die in der Zelle hochreguliert sind, kann man eigentlich in solchen leichten Systemen, in solchen ganz einfachen Systemen, physikalisch durchgängig verständlichen Systemen, sehr schön sehen. Damit haben wir auch, also meine Gruppe hat damit lange Zeit im Grunde an aktuellen biochemischen, molekularbiologischen Fragestellungen geforscht, nämlich wie wichtige Membranmoleküle denn auf die Umgebung reagieren, in der sie sich befinden, wie zum Beispiel diese Membranphase die Funktionalität von Membranproteinen beeinflusst. Das sind Fragestellungen, die stellen sich Biologen im Grunde heute genauso wie Biophysiker. Aber abgesehen von diesen aktuellen Fragestellungen hin auf bestimmte Moleküle, die biologisch im Moment von Interesse sind, stoßen einen solche Phänomene eigentlich wirklich mit der Nase voran auf die Frage, wie weit sind eigentlich solche Transformationen sozusagen am Beginn der Entwicklung lebender Systeme beteiligt gewesen und wie weit sind physikalische Prozesse, die erstmal gar nichts mit ganz konkreten Biomolekülen, hochkomplexen Biomolekülen zu tun haben, inwieweit sind die da eigentlich konstitutiv gewesen. Und ein Prozess, der eben, den habe ich ja vorher angedeutet, die Entmischung, die Musterbildung, ein Prozess, der ganz, ganz fundamental nicht nur Kennzeichen von biologischen Systemen ist, aber auch und eben zentral für die Ausbildung von Strukturen in Zellen ist der Prozess der Musterbildung. Musterbildung entsteht durch Selbstorganisation und was Sie hier sehen ist ein dynamisches Muster, das in biologischen Systemen, ganz primitiven biologischen Systemen, nämlich in E. coli-Bakterien beobachtet werden kann. Es wurde beobachtet das erste Mal, als man in der Lage war, Proteinefluoreszent anzufärben. Da konnte man dann sehen, dass diese Bakterien eine Oszillationsdynamik von Proteinen zeigen. Was Sie hier sehen, ist im Grunde ein Konzentrationsgradient, der hin und her oszilliert. Also die Proteine, die Sie hier sehen, die binden von innen an die Zellmembranen und die sind immer da, wo es gerade besonders hell ist, da sind besonders viele von denen. Und ich spiele den Film gern nochmal, das ist jetzt natürlich im Zeitraffer, ganz so schnell oszilliert das Ding nicht, aber im Minutenbereich immerhin. und nun sieht man, wenn man das so sieht, naja, das ist ein bakterielles System, hunderte und tausende von verschiedenen Proteinen beteiligt, natürlich ist es ein hochkomplizierter Prozess, diese Oszillation, wie vieles oder fast alles, was sich in Zellen absperrt, ein hochkomplizierter Prozess ist. Zu was sind diese Oszillationen da? Die sind da, das konnte man zeigen, indem man die ausschaltet, dann sieht man nämlich, dass die Zelle sich nicht mehr richtig teilen kann. Bakterienzellen teilen sich in der Mitte, also diese Bakterien, die teilen sich symmetrisch in der Mitte, ab einer bestimmten Länge bauen die sich einen Teilungsring in der Mitte zusammen und der zieht sich zusammen und spaltet dann zwei Tochterzellen ab. Und die Positionierung in der Mitte, die ist durch diese Oszillation gewährleistet. Sind die Oszillationen ausgenockt, kann es nicht mehr in der Mitte sich teilen, dann baut es den Ring irgendwo und dann kriegt eine Tochterzelle zu viel DNA und die andere zu wenig und können beide nicht leben. Das heißt, diese Oszillation ist furchtbar entscheidend für das Überleben. Auch da sollte man denken, okay, das ist wahrscheinlich hochreguliert, ein ganz komplizierter Prozess, aber ist es nicht. Es wurde schon in diesen In-Vivo-Arbeiten, in diesen Arbeiten an den Bakterien gezeigt, dass, um diese Oszillation zu unterhalten, es wirklich nur zwei Molekülspezies braucht. Nur zwei. Zwei verschiedene Proteine, die durch ATP, also chemische Energie, sich selbst so organisieren, dass sie so eine reversible Konzentrationsgradienten ausbilden. Und es war natürlich für uns im Grunde ein Aufhänger zu sagen, gut, das sind wirklich nur zwei Proteine, die ein relativ komplexes Phänomen, also ein Urphänomen eigentlich, lebender Systeme, nämlich die Ausbildung von Gradienten nach ausbilden. Können wir also diese Proteine, die das machen, können wir die uns rausholen aus der Zelle und mal gucken, was die eigentlich im Reagenzglas machen. Und das haben wir gemacht und das ist bis heute noch einer der besten Momente meines Laboralltags, als mein Doktorand mich geholt hat und gesagt hat, dass man sowas sieht. Der hat die Proteine rausgeholt, aufgereinigt, das eine rot markiert, das andere grün markiert und auf ein Deckglas drauf mit einer Membran und dann einfach Fluoreszenz Mikroskopie gemacht. Und Sie sehen jetzt etwas Wunderschönes, diese Proteine organisieren sich selber. Die bilden tatsächlich unter ATP-Zufuhr Muster. Wenn man ein bisschen rausfährt, dann sieht man das, was einem vielleicht von verschiedenen anderen selbstorganisierenden Systemen schon vertraut ist, diese Spiralwellen. Ich denke, viele kennen die Belusio-Sabatinsky-Reaktion, wo man sowas sieht, Calciumwellen, Kardiak, also man kann in ganz verschiedenen Kontexten solche Spiralmuster sehen. Im nichtbiologischen Bereich, bei der heterogenen Katalyse, CO-Oxidation, wurde genau sowas gesehen. Und das Interessante ist, dass was da passiert, das sage ich jetzt bloß so als Seitenbemerkung, ich kann da nicht ins Einzelne gehen, das ist im Grunde auch eine heterogene Katalyse. eine Katalyse einer biologischen Transformation, die die Membran braucht, um sich zu bilden. Die Membran ist, wie man so will, der Katalysator. Was sehen wir jetzt hier? Wie muss man sich das vorstellen? Jetzt gehen wir mal auf die Einzelmolekülebene. Ich habe meine wissenschaftliche Karriere im Grunde nicht mit spekulativen Fragen zum Ursprung und Ziel des Lebens, gemacht, sondern mit der Entwicklung von Einzelmolekül spektroskopischen Methoden und genau solche Methoden haben wir darauf losgelassen und wenn man jetzt die einzelnen Moleküle markiert und auf der Membran beobachtet, dann sieht man, dass sie das was tun, was eigentlich alle Moleküle auf Membranen tun, die diffundieren. Ganz klassisch, braunsch, sie haben keine bestimmte Vorzugsrichtung, die gehen an die Membran, diffundieren da so ein bisschen rum und irgendwann gehen sie wieder ab und nur, wenn man sozusagen das große Ganze sieht, wenn man also nicht einzelne Moleküle markiert, sondern alle oder viele, dann sieht man, dass die in unterschiedlichen Zonen binden. Manche binden vorne an der Welle, bleiben dann weilchen da und gehen dann wieder ab. Das ist im Grunde, ich vergleiche sehr gern mit diesen Laola-Wellen in Fußballstadien, wo im Grunde die Leute alle sitzen, also die bleiben an ihrem Platz, die stehen auf und setzen sich wieder hin, die laufen nicht umeinander und trotzdem läuft die Welle durch. Das ist einfach die Koordination dieses Aufstehens und Hinsetzens, die da durchläuft und genau das ist hier auch der Fall. Das ist im Grunde die Koordination der Membranbindung in Dissoziation, die man hier im Grunde als großes Ganzes, als emergentes Verhalten sieht. Und ich gehe jetzt nicht in das Einzelne oder erzähle Ihnen jetzt nicht ganz genau, was da ein Molekül sich tut, aber vielleicht als wichtigste Information, die beiden Membranmoleküle, es gibt ein MinD-Molekül, das ist sozusagen das, das wir in diesen Bakterien gesehen haben, dass es helle war, das ist ein Molekül, das ATP, also die chemische Energie bindet und dann eine Konformationsänderung macht, das flippt nämlich einen Membrananker aus und geht dann an die Membran, solange das ATP da dran ist und wenn das ATP in ADP umgesetzt wurde, dann dissoziiert es und dann kommt der Membrananker wieder rein und dann geht das Molekül wieder von der Membran ab und damit das umgesetzt wird, damit das ATP überhaupt umgesetzt wird, braucht dieses MinD ein anderes, das zweite Protein, das MinE und nur wenn die beiden zusammen sind, passieren im Grunde diese Zyklen von Membranbindung und Dissoziation und passieren koordiniert, das ist natürlich dann auch alles hochkooperativ, das muss eine bestimmte Konzentration an einer bestimmten Stelle sein, damit überhaupt was rangeht und das wird dann sehr kompliziert, da gehe ich jetzt nicht im Einzelnen ein, sehr wichtig ist aber die Information, dass die Membran wirklich der Katalysator dieses Prozesses ist und nun können wir natürlich, weil die Membran so eine wichtige Rolle spielt, können wir natürlich uns fragen, was passiert denn, wenn wir die Membran jetzt zuschneiden, wenn wir die jetzt verändern und das haben wir getan, also wir haben jetzt nicht das ganze Deckglas mit Membran gecoated, sondern nur so einen roten Teppich im Grunde aus Membran gemacht, der dann um die Ecke ging und siehe da, diese Moleküle kommen aus der Lösung, erkennen das Muster auf der Oberfläche und gehen ganz treu und brav diesen vorgefertigten Membranpfaden nach, egal wie sinnlos wir sie auch machen und interessanterweise ist, wenn wir die Membranteppiche so groß machen wie ungefähr die Wellenlänge, dann sehen wir und zum Beispiel rechteckige Strukturen haben, dann sehen wir, dass die Wellen sich entlang der Diagonale von diesem Rechteck ausbreiten und da haben wir uns erst in den Kopf gekratzt, warum eigentlich? Wir haben eigentlich erstmal in unserer Naivität überlegt, dass es eigentlich in die Richtung gehen müsste, nein, es findet die längste Achse und die längste Achse ist die Diagonale. Diese Oszillation, Sie erinnern sich, gehen in der Zelle entlang der längsten Achse und diese Längsachsen- Identifikation ist was, das wirklich dieses Reaktionssystem als solches schon erkennt. Das ist sozusagen das Gehirn dieses biochemischen Systems, erkennt die längste Achse und ordnet die Muster dahingehend an. Dieser Film hier ist komplett sinnlos, ich zeige ihn nur, weil er so schön ist. Was wir da gemacht haben, ist, dass das ist im Grunde, da haben wir in ein weiches Polymer, also PDMS, so eine Art Silikon, haben wir so kleine Riefen reingeschnitten und haben unsere Proteinmischung da drauf geschmissen und das ist ausgetrocknet, sodass die Proteine sich wirklich nur in diesen Trögen hier bewegen können. Also oberhalb ist Luft und das sieht man dann eigentlich schon sehr schön, dass die zwar immer noch fortschreitende Wellen sind, aber es geht schon in Richtung einer Oszillation. Das kann man, wenn man will, auch als Oszillation deuten. Das heißt, was wir hier folgern ist, dass im Grunde, um diese schönen Wellen in eine echte Oszillation zu überführen, wie sie in den Bakterien zu sehen ist, brauchen wir eigentlich gar nicht viel, wir müssen einfach nur das Volumen begrenzen. Und das haben wir gemacht, wir haben jetzt nicht mehr flache Oberflächen mit Membran, sondern wir haben kleine Badewannen gebaut, die ungefähr zehnmal so groß sind wie Bakterienzellen, die Wellenlängen, die wir auf unseren Membranoberflächen sehen, der ist auch ungefähr zehnmal so groß wie die Wellenlänge in Bakterien. Und wenn wir die mit Membran auskleiden, sodass die Proteine nach wie vor in die Membran binden können, dann können wir genau dieses Oszillationsmuster reproduzieren, das wir in Zellen sehen. Exakt genauso. Wenn man das vergleicht, die Chymografen, wenn man guckt, wie sieht die Verteilung über der Zeit aus, kein Unterschied zwischen bakteriellem System, super komplizierten System und diesem super einfachen System hier, das nur aus zwei Proteinen und ATP besteht. Und da kann man natürlich damit rumspielen, das machen Physiker ja sehr gern, und das wachsen lassen und gucken, was passiert eigentlich, wie reagiert jetzt die Periode dieser Oszillation auf die Länge dieser Kompartimente. In Bakterienzellen ist es ja so, dass die Oszillation dem Wachstum der Bakterien folgen muss und irgendwann in die beiden Tochterzellen vererbt werden muss. Das heißt, ab einer bestimmten Länge, wo die Teilung dann passiert, müssen eigentlich zwei Tochteroszillationen erfolgen. Und siehe da, das kann man sehr schön nachstellen, obwohl da überhaupt kein Teilungsapparat drin ist und wir eigentlich nichts anderes machen, als unterschiedliche Längen anzubieten. Sie sehen hier, die Periode der Oszillation wächst mit der Länge und sobald sie eine bestimmte Länge überschreitet, also da ist dieses Verhältnis zwischen Länge und Breite wichtig, die ist bei Bakterien ungefähr 4 bis 5, wenn sie sich teilen und wenn wir genau dieses Verhältnis nachstellen, dann sehen wir tatsächlich auch diese Aufspaltungen zwei Tochteroszillationen. Auch alles sozusagen intrinsisch in diesem intelligenten biochemischen System. Und was man auch nachstellen kann, man kann es so tun, als würde die Zelle sich teilen, man kann also dieses Kompartiment so bauen, das ist eine kleine Engstelle hat und da kann man sehr schön sehen, dass wenn man die Zelle zwingt, sich bei einer zu kurzen Größe zu teilen, dass man dann im Grunde die ganze Oszillationsachse und die gesamte Symmetrieebene dieses Systems umdreht. Das hat also einen guten Grund, dass er erst einer bestimmten Länge sich teilt. Nun bin ich schon seit einigen Jahren, wir haben es gehört, ich bin Max-Wangels für Biochemie, das heißt, wir machen jetzt nicht nur die physikalischen Aspekte da dran, sondern auch die biochemischen und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert denn, wenn wir die Moleküle ändern? Wir wissen ja, das sind Proteine und diese Proteine haben ganz bestimmte Eigenschaften, die haben eine ganz bestimmte Struktur. Jetzt können wir natürlich auch mal an den Proteinen drehen, nicht nur an den Oberflächen, sondern auch mal an den Proteinen und modifizieren die mal und gucken mal, was passiert, wenn wir jetzt die Proteine verändern. Vor allem, was ganz wichtig ist, ist die Membranbindungsstärke, also wie stark diese Proteine an die Membranbinden und wenn man das verändert, dann kann man bei gleichen Konzentrationen völlig unterschiedliche Muster sehen, das heißt, es hängt sehr stark davon ab, wie stark diese Moleküle, wie schnell die an die Membran gehen, wie schnell sie wieder dissozieren. Aber noch schöner wird es eigentlich, wenn man sich anguckt, was es in der Oszillation macht. Hier ist der sogenannte Wildtyp, das ist das bakterielle Protein, das wir kennen, das diese Pol-zu-Pol-Oszillation macht. Wenn man jetzt die Affinität zur Membranbindungsstärke kleiner macht, dann sieht man, dass diese Pol-zu-Pol-Oszillation sich praktisch in so eine Rundumbewegung aufsplittet und wenn man dann noch weiter geht und die Affinität noch weiter runter regelt, dann wird von dieser Längs-Oszillation plötzlich eine Quer-Oszillation. Das ist im Grunde alles diese kleine Schaltstelle der Membranaffinität, die uns vom einen ins andere übergehen lässt. Das sind wirklich ganz definierbare Größen, die völlig unterschiedliche Phänotypen nach sich ziehen. Eigentlich nicht verwunderlich, aber es ist schön so zu sehen. Ja, das ist natürlich zwar schön, jetzt haben wir ich denke mal ein sehr schönes Beispiel, wie man kompliziert scheinende Phänomene, die sehr, sehr wichtig sind für lebende Prozesse vereinfachen kann, aber was eigentlich auf unserem Zukunftsziel ist, nicht nur Polarisation und Ausbildung von Gradienten nachzubilden, sondern tatsächlich ein System zu bauen, das ich selber teilen kann. Wir sind ja schon ganz gut im Geschäft, denn dieses E.coli, diese Oszillation, die ist ja eigentlich dafür zuständig, den Teilungsring zu positionieren. Ja, denn E.coli positioniert diese Oszillation die Teilungsebene und das muss man ja tun, um etwas kontrolliert zu teilen. Was aber natürlich ebenso wichtig ist oder vielleicht noch wichtiger, ist die tatsächlichen Akteure, die dann diese Teilung zustande bringen. Und das ist nun in Bakterien ein Teilungsring, man kann das sehr schön sehen mit optischen Methoden, dass es sich Ringe ausbilden, die sich dann zusammenziehen und diese Ringe basieren auf einem Protein, das FTSZ heißt, das ist ein Protein, das ist relativ verwandt mit dem Tubulin, das diese Mikrotubulifilamente in menschlichen Zellen macht. Wenn man dieses Protein aufreinigt und markiert und auf eine Membran bringt, dann sieht man sehr schön, das bildet Filamente aus. Allerdings keine Kringel, keine Kreise. Wenn man allerdings Energie einfüttert, auch hier wieder nicht in Form von ATP, sondern von GTP, dann sieht man, wie diese gekrümmten Filamente plötzlich, ich weiß nicht, ob man es gut sieht, aber ich denke, Sie können sehen, dass tatsächlich hier sich Kreise bilden, Ringe bilden und dass diese Ringe sogar sehr dynamisch sind, die rotieren, wie man hier sehr schön sieht, im Uhrzeigersinn. Das ist eine permanente Assemblierung und ist Assemblierung von Protofilamenten, die an einem großen Ring bilden. Auch das ist ein selbstorganisierender, energiegetriebener Prozess und der ist auch sehr einfach. Es reicht aber natürlich nicht, dass es Kringel bildet, es muss auch in der Lage sein, Membranen zu deformieren, es muss ja Kraft aufbringen, um diese Krümmung tatsächlich zu zeigen. Da wird es schon schwieriger. Das hier ist eine sehr schöne Abbildung dieser Ringe in Bakterienzellen, also das ist gerade eine Bakterienzelle, die sich teilt. Wenn wir diese Proteine, diese Ringproteine jetzt auf Membranen draufwerfen, dann sehen wir bei normalen Vesikel eigentlich nicht viel. Erst wenn wir die Membranen ganz weich machen, wenn wir zum Beispiel den osmotischen Druck innen sehr viel kleiner machen als außen, also sehr weiche, weiche Membranen sind, dann kann man tatsächlich sehen, wie diese Filamente in der Lage sind, die Membranen zu verformen. Allerdings, das ist ja noch nichts hier, das ist natürlich noch von einer wirklichen Kontraktion und einer Teilung sehr weit weg, allerdings muss man auch sagen, die Maßstäbe sind ganz andere, Bakterienzellen sind normalerweise in Mikrometer im Durchmesser, das heißt, dieser Mikrometer, die die Ringe hier in den Bakterien ausbilden, diese Mikrometer sehen wir tatsächlich auch schon hier, aber bisher noch keine kleineren Radien, das heißt, wir kriegen die Ringe tatsächlich hin, Mikrometer groß, aber wir kriegen sie nicht kleiner und das muss passieren, das heißt, da sind wir noch ein bisschen, stehen wir noch so ein bisschen im Nebel und wissen nicht, was jetzt da fehlt. Was aber gelingt und das ist das Schöne daran, die Positionierung dieser Ringe, die gelingt tatsächlich und zwar habe ich ja gesagt am Anfang, dass diese Oszillationen im Grunde die Ringe daran hindern, sich irgendwo anders zu lagern als in der Mitte und zwar inhibieren diese Min-Proteine, die die Oszillationen machen, die inhibieren die Anlagerung dieser Filamente an dem Membran. Das kann man sehr schön sehen, wenn man diese Filamente auf der Oberfläche jetzt, wenn man da so eine Welle drüber gehen lässt, dann sieht man sehr schön, die gelben sind die Filamente, das blaue sind die Min-Proteine, die die Welle bilden, die essen die wirklich auf, also die fegen diese Filamente richtig weg von der Membran und sobald die Welle vorbei ist, kommen die wieder. Das ist also Grund zur Annahme, dass es tatsächlich gelingt, diese Teilungszone zu positionieren und das haben wir auch gezeigt, das ist jetzt alles zusammengeworfen in unseren Badewannen, sowohl die ringbildenden Proteine als auch die oszillierenden Proteine und hier sieht man eigentlich sehr schön, nicht in einzelnen Ringen leider, aber immerhin, dass sich in der Mitte dieses Kompartiments tatsächlich eine Teilungszone ausbildet und man muss sich das wirklich vergegenwärtigen, das passiert von selbst. Sie schmeißen alles zusammen, mischen ein bisschen, warten ein paar, 20 Minuten und plötzlich sehen Sie, wie diese Filamente sich in der Mitte bilden und nur in der Mitte und nirgends anders. Das ist schon ziemlich beeindruckend, was diese Systeme da in der Lage sind, an Strukturbildung zu leisten. Ringe kann man nur dann sehen, in diesem System ist ja nach wie vor der Deckel offen, das heißt die Membran ist zwar unten auf dem Boden, aber oben ist keine Membran, das heißt es kann gar keine Ringe geben, oben können Sie nirgends dran binden. Um Ringe tatsächlich möglich zu machen, müssen wir das Ganze einschließen, naheliegend wäre natürlich Vesikel, aber die Vesikel haben sich bisher mit Zähnen und Klauen dagegen gewehrt, dass man diese Proteine da reinpackt, sind dann einfach immer kaputt gegangen, sodass wir irgendwann angefangen haben, nicht mehr mit Vesikeln zu arbeiten, sondern mit Tropfen, Wassertropfen in einer Ölumgebung, die eine Monoschicht haben, also keine Membran, also Membran ist ja eine Lipid-Doppelschicht, da die Proteine aber nur an die eine Seite der Membran binden, die müssen nicht durch die Membran durch, reicht es, wenn man im Grunde auch eine Lipid-Monoschicht in Tropfen anbietet und das sieht man hier sehr schön, das sind jetzt also Tropfen, das ist hier ein ganz normaler Fluorzenter-Farbstoff, um zu sehen, wo innen und außen ist und hier sieht man diese Filamentproteine, in großen Tropfen sieht man ein großes Netzwerk, wenn man aber dann plötzlich runter geht zu Mikrometergröße, dann sieht man tatsächlich, dass sich dieses Netzwerk in den einzelnen Ringen zusammen kondensiert, dass man also tatsächlich in der Lage ist, diese Ringe in solchen Kompartimenten zu sehen. Die können aber noch nicht kontrahieren, das geht in Tropfen nicht, also müssen wir doch irgendwie es fertigbringen, diese Tropfen wieder in Vesikel umzubauen und das, da arbeiten wir im Moment dran, wir, das sind die hier, also ich eigentlich am allerwenigsten, ich fahre nur rum und gebe Vorträge und hin und wieder mal ein paar Ideen, aber meine vielen Leute, die über die Jahre hin an dieser wilden Forschung mitgearbeitet haben, meine Gruppe ist relativ heterogen, ich habe ein Drittel ungefähr Physiker, ein Drittel Chemiker und ein Drittel Biologen, die Biologen braucht man, sonst können wir mit den Proteinen nicht umgehen und ich muss sagen, diese interdisziplinäre Forschung ist wirklich toll, also es ist tatsächlich was, das ja, als ich mal angefangen habe, Physik zu studieren, ich mir überhaupt nicht erträumt habe und ich glaube, wenn man wirklich Leute motivieren will, in die Forschung zu gehen, in Physik, Chemie oder Biologie, dann sollte man die ganz früh schon mit solchen Forschungsarbeiten vertraut machen, durch Besuche in Instituten aller Art, einfach um zu sehen, dass es eben auf alle ankommt, nicht nur auf die Physiker, nicht nur auf die Chemiker, nicht nur auf die Biologen, sondern auf das Gemeinsame, das ist natürlich unterschiedlich, die Biologen spielen beim CERN sicher eine ganz untergeordnete Rolle, aber für die Arbeit, die wir machen und ich denke, das ist eine sehr zentrale Arbeit auch für die moderne Biophysik, da ist es eben unglaublich wichtig, dass man die verschiedenen Köpfe und die verschiedenen Herangehensweisen zusammenbringt. Ich bin sehr froh, dass ich Physik studiert habe, das kann ich im Nachhinein sagen, es war ein hartes Brot, die ersten vier Semester waren gruselig, damals hatte es auch noch nicht so richtig eine Bewegung gegeben, dass die Dozenten versuchen irgendwie transparent zu machen, was sie tun, die haben halt einfach links oben angefangen zu schreiben und rechts unten aufgehört und irgendwann dazwischen hat man mal aufgegeben. Ich hoffe, dass es heute nicht mehr so ist. Aber ich kann nur sagen, wenn Sie noch in dieser Phase sind und darunter leiden, halten Sie durch, es lohnt sich. Sobald Sie das Labor betreten und Ihre eigene Forschung machen dürfen, wird es wunderbar. Ja, in diesem Sinne, einen schönen Abend noch und viel Spaß bei der Physik. Ja, herzlichen Dank für den sehr schönen Vortrag. Wir hätten Zeit noch für zwei, drei Fragen, also wenn jemand möchte, es gibt hier zwei Saalmikrofone. Es kann in zwei Fragen noch gestellt werden. Vielen Dank für den wunderbaren Vortrag. Ich würde gerne wissen, was der nächste geplante Schritt ist. Der nächste geplante Schritt ist tatsächlich zu versuchen, dieses hier in, ups, diese Meitner dominiert hier. Sie können sich erinnern, also das letzte Bild, wo ich gezeigt habe, dass wir so einen Ring hinbekommen in kleinen Tröpfchen und wir müssen eben jetzt versuchen, diesen Ring in deformierbaren Vesikeln hinzubekommen, also in Membranvesikeln, die tatsächlich verformbar sind. Denn wir wollen ja letzten Endes, wollen wir ja wirklich ein Kompartiment schaffen, das man verformen kann. Es ist auch natürlich ein bisschen, es führt so ein bisschen ab von den tatsächlichen Bildern, die man dann im Labor sieht, dass ich immer runde Dinger zeige. Eine Kugel zu teilen, ist so ziemlich das Sinnloseste, was man machen kann. Das wird Ihnen sicher unmittelbar einleuchten. Bakterien sind elongierte Systeme und so ein silinderförmiges Objekt zu teilen, ist sehr viel dankbarer, als eine Kugel zu teilen. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, unsere Vesikel sozusagen in so eine bakterienähnliche Form zu bekommen und dann tatsächlich zu hoffen, dass wir dem Protein auf die Schliche kommen und herausfinden, was es denn genau braucht, um diese Kontraktion zu machen. Das wissen wir auch noch nicht. Vielleicht eine Frage zur weiteren Perspektive in dem, was Ihnen vorschwebt. Werden Sie dann für die Zelle, die sich vielleicht mal teilt, um die Replikationsmaschinerie symmetrisch zu teilen, eine Methosespindel brauchen oder gibt es Prozesse, die das Wir müssen natürlich eine Informationseinheit irgendwann da reinbringen, sonst macht das Ganze ja keinen Sinn. Im Moment haben wir ja nur eine Mechanik. Das heißt, es muss dann im Grunde ein Genom, entweder DNA oder RNA basieren, das sich dann repliziert. Das heißt, wir müssen auch die Replikation nachbauen. Das macht man im Moment immer noch mit, indem man die Maschinerie benutzt, die die Zelle benutzt. Das sind natürlich hochkomplexe Maschinerien, Ribosomen. Das ist nicht so einfach. Aber auch da gibt es schon Ansätze, wie man sozusagen ribosomale Einheiten tatsächlich auch auf minimale Module runterkocht. Was wir auch brauchen, ist ein Metabolismus. Im Moment geben wir das ATP ja immer noch zu. Das heißt, irgendwann müssen wir in der Lage sein, sich selbst neu mit Energie versorgen, das System, zum Beispiel durch Lichtenergie zu bauen. Also da gibt es noch viele, viele, viele Dinge, die zu knacken sind. Wir sind jetzt wirklich, wir kratzen gerade mal an der Oberfläche. Wenn man Atome bewegt mit einem Raster Sondenmikroskop, da gewinnt man ja eine ganz besondere Beziehung dazu, aber das ist ganz klar kein Leben. Jetzt hatten Sie gesagt, das ist hoffnungslos vom Atom aus bottom-up zu betreiben. Wie viele Atome braucht man denn für Leben? Was würden Sie schätzen? Das kann ich wirklich nicht beurteilen. Ich möchte es eigentlich nicht so gern auf atomarer Ebene beantworten oder auf der sozusagen molekularen Ebene, sondern ich würde es lieber auf Funktionseinheiten runterbrechen. Wir arbeiten im Moment mit Proteinen. Proteine sind von der Evolution hochgezüchtete Maschinen. Das ist vollkommen klar. Also diese Proteine, die wir hier haben, die sind zwar relativ einfache Proteine, aber sind immer noch viel, viel komplizierter als Atome. Hunderte und Tausende davon. Also die können wir nicht selber zusammenbauen. Aber was uns vielleicht gelingt und da bin ich eigentlich relativ optimistisch, ist vom Molekül wegzugehen und auf die modularen Funktionseinheiten zu gehen. Zu sagen, zum Beispiel ein Membranschalter. Unser Protein hat einen Membranschalter. Das wird an die Membran rangeklebt und wieder weggeholt. Dieser Membranschalter hat ein ganz bestimmtes Aussehen. Das ist eine amphipathische Helix. Das muss aber keine amphipathische Helix sein. Man kann auch mit kleineren, anderen Funktionselementen etwas an die Membran dranhängen und wieder abmachen. Das heißt, was uns eigentlich gelingen muss, ist zu versuchen, diese Funktionseinheiten zu definieren. Zu sagen, welche Module, funktionalen Module brauchen wir. Und dann können wir uns die Gedanken machen, wie könnten wir, was ist denn die kleinste mögliche Einheit für so ein Funktionsmodul. Und da kommt man überraschenderweise auf relativ simple Lösungen manchmal. Danke. Also wenn ich das korrekt verstehe, nehmen Sie diese Proteine aus Zellen, die schon mal gelebt haben. Also setzen das künstliche Leben aus, was zusammen, was schon mal eben war. Gibt es auch Leute, die daran arbeiten, das mehr oder weniger aus Aminosäuren oder so schon zusammenzubauen? Aus Aminosäuren jetzt nicht. Also da sind einfach lebende Systeme ungeschlagen, Aminosäuren zusammenzubauen. Aber wo es zum Beispiel Ansätze gibt, gerade im Hinblick auf diese Funktionselemente, Sie haben sicher alle von DNA-Origami gehört, wo man mit DNA baut. Funktionselemente baut auf DNA-Basis. DNA ist eigentlich kein Funktionsträger in der Zelle, sondern ein Informationsträger. Trotzdem kann man, wenn man es schlau anfängt, DNA in verschiedene Formen und Strukturen kriegen und kann es sie sogar funktional machen. Und da gibt es tatsächlich Ansätze, das machen wir auch Kooperationen mit verschiedenen Leuten, zum Beispiel Henrik Dietz an der TU in München, dass man wirklich versucht, Proteine nachzubauen mit anderen Polymeren, ob das jetzt DNA ist oder vielleicht irgendwelche chemischen Polymere, es ist dann halt das, was man am besten kann. Aber es müssen keine Proteine sein. Die Idee ist tatsächlich zu verstehen, was die Funktionsmodule sind. Dankeschön. Ja, schönen Dank auch noch für diese Diskussion, Petra. Und ich würde jetzt die Session schließen und aber dir nochmal herzlich danken für den wunderbaren Vortrag. Und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.